Bienvenida heißt es im Restaurant und Bar Brasil in Schweinfurt. Genießen im stilvollen Ambiente mit südländischem Lebensgefühl. Neben mexikanisch-landestypischem Essen serviert man hier auch internationale Gerichte. Genießen Sie leckere Cocktail-Varianten von Caipirinha bis Tequila Sunrise. Hasta luego Schweinfurt. Inhaberin Silvia Kaufmeier und das Brasil-Team freuen sich auf Ihren Besuch. Restaurant und Bar Brasil. Direkt am Willi-Sack-Stadion.